Was willst du hier? Ich will was trinken. Wir haben geschlossen. Anständige Menschen trinken nichts an so einem Tag. Sie gehen in die Synagoge. Und weshalb bist du hier? Einer muss hierbleiben und aufpassen. Wegen all der kleinen Gauner da draußen. Die kommen sonst einfach ins Haus. Besonders, wenn man die Tür für sie offen lässt. Beten kann man hier auch. Ob hier oder in der Synagoge, dem Herrn ist das gleich. Komm her und setz dich hin. Okay. 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 Mein Geliebter ist schneeweiß und rosig. Seine Wangen sind aus feinstem Gold. Sein Hals ist ein zarter Stiel. Auch wenn er ihn nicht mehr gewaschen hat seit letztem Dezember. Seine Augen sind die Augen einer Taube. Sein Leib ist leuchtender als Elfenbein. Seine Beine sind zwei Säulen aus Marmor. In ein paar Hosen, die so dreckig sind, dass sie von selbst stehen. Er ist ganz und gar mein Entzücken. Aber er bleibt immer ein armer, billiger Gaune und kann deshalb nie meine Sünde werden. Wie schade. Da ist jemand. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.